Daran festzuhalten, aufzurechnen. Die Akademie gibt einen eigenen Mentalcode. Spiels. Sehr gut. Super gespielt. Vor drinnen immer aktiv in dieser Rallye, geblockt von Wang. Er zieht jetzt dagegen Topspin. Das ist die beiden nichts nach. Das ist auf der einen Seite wichtig, um sich selbst natürlich anzufeuern. Auf der anderen Seite, um auch den Gegner ein bisschen zu beeindrucken. Leistung. Toll von Fegler. Zeitpunkt. Aber die waren beide. Hervorragend, super Längen in dieser Rückkampf-Vorhand-Rallye. Zehn zu zehn. Schock. 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 Das wird der erste Kampf. Dieser Mensch heißt Diener, dient allen, die gute Tischtennis-Fotos von ihm haben wollen. Lange Service. Schock. Schock. Ach. Es gibt einen kleinen St Crystal. Du bist wieder bei einem Challenge, in derесть zu sein. gewissen Sicherheitsabstand. Der passt wieder. 11 zu 6 gewonnen. Doppeltes Glück für Stefan Wegerl. Aber das hat auch bitter nötig gehabt jetzt. Dieses Glück, der hat ganz genau gepasst von der Länge. Wie der hinten bleibt. Und dann ein Servicefehler. Nächste Chance. Dritter Matchball. Jetzt macht es besser. 12 zu 10. Es steht 2 zu 1 für den SVS Niederösterreich. Und dieser Sieg war ganz, ganz wichtig. Das war...